tachchen leute freunde der sonne ja wird immer besser ricarda lang diese pummel fehl die von nix eine ahnung hat hat nur ideologische müll von sich gegeben hat noch nie richtig gearbeitet und fängt im tv fast an zu rumzuheulen wegen kinderscheiße ganz ehrlich diese regierung das ist so traurig dass man eigentlich gar nicht lachen kann aber man muss lachen weil es einfach so traurig ist armes deutschland mehr kann ich dazu nicht sagen und das hat alles nix mit rechte scheiße zu tun mit nationalsozialismus und haste nicht gesehen es ist einfach fakt regierung die gesamte regierung muss abtreten und zwar sofort